Frau Forrest hat den Titel eben für Wald übersetzt, mit dem wunderbaren Untertitel, der von der Zeichnung kommt, die ungebrochene Anziehungskraft der Natur. Und es ist eine temporäre Kunstintervention im Wörtherseestadion 2019 in Klagenfurt. Wir nehmen etwas aus dem Alltag, das heißt einen Wald, und stellen den auf 7200 Quadratmetern in ein Stadion. Das heißt, wir nehmen etwas aus dem Alltäglichen und setzen ihn in einen neuen Kontext. Und damit lösen wir aus, dass es vielleicht zu einer oder mit Sicherheit zu einer neuen Wahrnehmung kommt. Das ist auch ein Grundcharakterzug bei all meinen Projekten. Sie sind temporär und sie sind einmalig. Also für die Ewigkeit etwas zu machen, das war noch nie mein Ziel. Aber mein Ziel ist natürlich, dass dieses Bild ein Leben lang bei einem Menschen im Kopf bleibt. Das ist das Hauptziel. Das ist das Hauptziel.